Herzlich willkommen. Die Verbraucherbotschaft, die der amerikanische Präsident John F. Kennedy im Jahr 1962 an den amerikanischen Kongress sandte, gilt gemeinhin als der Anfang des modernen Verbraucherschutzgedankens. Dabei ist die Aussage, Verbraucher sind wir alle, auf den ersten Blick trivial. Wir alle wissen, dass wir Kleidung, Nahrung und andere Waren und Dienstleistungen verbrauchen, dass wir sie also zu dem Zweck kaufen, um sie selbst für unsere Bedürfnisse zu nutzen und nicht dazu, sie am Markt weiter zu verkaufen und insofern zur weiteren Wertschöpfung zu verwenden. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem hatte man bei Verbraucherschutz in der älteren Zeit, wenn man überhaupt schon davon gesprochen hat, meistens an den Schutz bestimmter Schichten gedacht, also sozial benachteiligte, weniger gebildete Menschen. Die sollten als Verbraucher, als kleine Leute geschützt werden. Kennedy hat zum ersten Mal formuliert, dass wir alle Verbraucher sind und auch alle in bestimmten Situationen Schutz durch das Recht brauchen. Und genau das ist die heutige Konzeption des Verbraucherschutzrechts, die sehr deutlich wird in § 13 BGB, der eben nicht an einen bestimmten sozialen Status oder einen Bildungsstand oder auch einen bestimmten Beruf anknüpft, sondern nur an die Rolle, in der man ein bestimmtes Rechtsgeschäft abschließt. Das bedeutet zugleich, dass Verbraucher nicht generell permanent Schutz brauchen, sondern nur in bestimmten Situationen. Warum ist das so? Dafür gibt es sehr verschiedene Gründe, die den verschiedenen verbraucherschützenden Vorschriften zugrunde liegen. Und es gibt sicherlich auch manche Verbraucherschutzvorschriften, bei denen man darüber streiten kann, ob das Schutzbedürfnis so groß ist. Im Allgemeinen ist ein wesentlicher Grund für die Notwendigkeit von Verbraucherschutz die Informationsasymmetrie, also die Tatsache, dass der Unternehmer, der mit einem Verbraucher einen Vertrag schließt, typischerweise einen Informationsvorsprung hat, besser Bescheid weiß und deswegen in der Lage ist, für sich vorteilhafte und für den Verbraucher nachteilige vertragliche Regelungen durchzusetzen. Dem Verbraucher fällt das gar nicht auf. Dafür wiederum gibt es auch verschiedene Gründe, warum der Verbraucher typischerweise weniger gut informiert ist. Einer ist der, dass der Unternehmer sich mit den Waren, die er im Rahmen seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit anbietet, natürlich besser auskennt als der Verbraucher, der diese Waren oder auch Dienstleistungen nur von Zeit zu Zeit erwirbt oder in Anspruch nimmt. Und im Zusammenhang damit steht ein weiterer Grund, nämlich die sogenannte Rational Ignorance oder auch das rationale Desinteresse des Verbrauchers. Es wäre für den Verbraucher extrem zeitaufwendig, sich über alle Einzelheiten betreffend einen bestimmten Vertragsschluss, alle Konditionen, alle Eigenschaften der bestellten Waren ganz genau zu informieren. Er hätte große Schwierigkeiten, die Informationen zu bekommen und letztlich würde sich das aufs Ganze gesehen nicht lohnen. Er würde damit mehr Zeit und Kosten haben, als ihm das Ganze normalerweise bringt. Aus allen diesen Gründen also brauchen wir Verbraucherschutz. Insbesondere brauchen wir Vorschriften, die sicherstellen, dass Verbraucher informiert sind und deswegen auch privatautonom die richtigen Entscheidungen treffen können. Was speziell den elektronischen Geschäftsverkehr angeht, ergeben sich besondere Schwierigkeiten daraus, dass das eben ein Geschäft ist, das über ein Medium, ein elektronisches Medium vermittelt wird. Was ich im Internet bestelle, kann ich mir vorher nicht anschauen und deswegen kann es leicht sein, dass ich nicht genau das bekomme, was ich mir vorgestellt hatte. Ich bin also mangelhaft informiert über die Qualität, über die Eigenschaften der bestellten Waren und Dienstleistungen. Und genauso habe ich manchmal Schwierigkeiten, mich über die genauen Vertragsbedingungen zu informieren. Die können auf der Website sehr versteckt liegen, die können kompliziert formuliert sein. Es kann sein, dass zum Beispiel nicht deutlich wird, ob ich für eine bestimmte Dienstleistung eigentlich bezahlen muss oder nicht. Es kann also sogenannte Abo- oder Kostenfallen geben, wo ich denke, ich lasse mich auf eine kostenlose Dienstleistung ein und in Wirklichkeit steht im Kleingedruckten, dass etwas zu bezahlen ist. Es kann sein, dass gar nicht deutlich wird durch den Bestellvorgang, an welchem Punkt man eigentlich sich definitiv entscheidet. Wenn man sich durch viele Eingabemasken durchklicken muss, seine Adresse und weitere Angaben machen muss, Kreditkartendaten, dann ist manchmal gar nicht ganz klar, wann das Ganze nun definitiv abgeschlossen ist. Das sind nur Beispiele für die verschiedenen Gefahren, die verschiedenen Möglichkeiten für die Entstehung von Informationsasymmetrien, die sich beim elektronischen Geschäftsverkehr ergeben. Und eben darum gibt es in diesem Bereich auch besondere Verbraucherschutzvorschriften. Wenn Sie sich wundern, warum wir zum zweiten Mal in dieser Vorlesung auf den Verbraucherschutz in einer eigenen Einheit zu sprechen kommen, dann sollten Sie sich nochmal erinnern, das erste Mal ging es um den Verbraucherschutz bei digitalen Inhalten. Da knüpfte also der besondere Verbraucherschutz an die Eigenart des Vertragsobjekts an. Diesmal geht es um das Medium des Vertragsschlusses, also um Verbraucherschutz deswegen, weil auf elektronischem Wege über das Internet der Vertrag begründet wird, unabhängig davon, ob das, was bestellt wird, digitaler oder analoger Natur ist. Es geht also beispielsweise auch gerade um den Kauf von herkömmlichen analogen Waren, Schuhe, Waschmittel, Getränke über das Internet, die eben trotzdem mit besonderen Verbraucherschutzvorschriften begleitet werden. Wenn man versucht, sich einen Überblick über Verbraucherschutz in diesem Bereich zu verschaffen, ist das aufgrund des Gesetzes nicht so ganz einfach, weil hier ganz verschiedene Normen zusammenspielen. Zum einen gibt es allgemeine Vorschriften für Verbraucherverträge, die natürlich auch für Verbraucherverträge im Internet gelten. Dazu gehören beispielsweise die Vorschriften, die ich hier unten auf der Folie aufgeführt habe, also die Pflicht, einen unentgeltlichen Zahlungsweg anzubieten. Das steht in 312a Absatz 4 BGB und gilt prinzipiell auch im stationären Handel. Immer dann, wenn ein Unternehmer, also jemand, der selbstständig beruflich tätig ist, mit einem Verbraucher kontrahiert, muss eine Möglichkeit zur Zahlung ohne Zusatzgebühren angeboten werden. Das gilt auch im Supermarkt. Im Supermarkt ist das aber normalerweise kein Problem, weil Sie alle mal zumindest mit Bargeld zahlen können und in der Regel ist auch keinen Aufpreis kostet, mit Kreditkarte zu zahlen. Im Internet kann das anders aussehen, denn da ist die Möglichkeit der Barzahlung ja regelmäßig nicht gegeben. Sie müssen in irgendeiner Weise unbar zahlen, durch Überweisung, Kreditkarte, Paypal, was immer. Und da spielt also diese allgemeine Verbraucherschutzvorschrift des 312a Absatz 4 eine größere Rolle. Dasselbe gilt für die Sondervorschriften des Verbrauchsgüterkaufs, die Sie alle sicherlich gut kennen. Da bei Lieferung über das Internet regelmäßig Versendungskauf-Konstellationen vorliegen, also es wird an einen anderen Ort als den Erfüllungsort, nämlich den Wohnort des Bestellers, versendet, würde die Gefahr im Allgemeinen nach 447 BGB übergehen, der aber, wie Sie wahrscheinlich wissen, im Bereich des Verbrauchsgüterkaufs durch Sondervorschriften ausgeschlossen ist, weitgehend. Das ist also auch eine allgemeine Regel für alle Verbrauchsgüterkäufe, für alle Kaufverträge über Waren zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, spielt aber im Internetversandhandel eine besondere Rolle. Hinzu treten dann als zweite Stufe die besonderen Vorschriften über Fernabsatzverträge. Die gelten nach der Definition des 312c BGB ja immer dann, wenn der Vertrag über Fernkommunikationsmittel geschlossen wird, also auf Wegen, die es ermöglichen, dass Kommunikation stattfindet zwischen den vertragsschließenden Parteien, obwohl die sich nicht am selben Ort befinden. Das ist natürlich der Fall beim Vertragsschluss über eine Website oder auch über E-Mail, also über das Internet auf elektronischem Wege. Deswegen gelten die Sondervorschriften für Fernabsatzverträge auch für Verträge, die auf elektronischem Weg geschlossen werden. Zu diesen beiden Schichten, den allgemeinen Verbraucherschutzvorschriften und den Fernabsatzvorschriften, hat der Gesetzgeber nun eine weitere Schicht hinzufügt, mit besonderen Vorschriften für den elektronischen Geschäftsverkehr. Und um die Verwirrung komplett zu machen, sind einige davon gar keine Verbraucherschutzvorschriften. Es gibt § 312i BGB Vorschriften, die nicht nur für Verbraucherverträge gelten, sondern auch für Verträge zwischen zwei Unternehmern, sogenannte B2B-Verträge. Die Voraussetzung für § 312i BGB ist nur, dass auf einer Seite des Vertrages ein Unternehmer steht. Auf der anderen Seite kann ein Verbraucher oder ein Unternehmer stehen, also B2C oder B2C, Business-to-Consumer oder Business-to-Business. Nur für den Fall, dass auf beiden Seiten des Vertrages Verbraucher stehen, wäre § 312i BGB nicht einschlägig. Und neben diesen Vorschriften, die eigentlich außerhalb unseres Themas Verbraucherschutz stehen, weil sie auch im B2B-Geschäft gelten, haben wir dann besondere Vorschriften zum Verbraucherschutz, die also nur gelten, wenn auf der einen Seite ein Unternehmer, auf der anderen ein Verbraucher steht. Das finden wir in § 312i BGB. Wir haben also, je nachdem wie man zählt, drei oder sogar vier Schichten von Normen, die nebeneinander auf solche elektronischen Vertragsschlüsse anwendbar sind. Was nun Fernabsatz und elektronischen Geschäftsverkehr angeht, haben wir im Fernabsatz zunächst mal gesteigerte Informationspflichten, die eben die besondere Informationsassidimpetrie ausgleichen sollen, die sich daraus ergibt, dass der Verbraucher seinen Vertragspartner und auch die bestellte Ware nicht direkt zu Gesicht bekommt. Das ist in § 312d in Verbindung mit § 246a EGB geregelt. Und dazu tritt dann das bekannte Widerrufsrecht nach § 312g BGB, das es eben ermöglicht, sich von einem solchen Vertrag wieder zu lösen, weil man feststellt, das, was man bestellt hat, ist nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Oder auch aus anderen Gründen, wenn man im Nachhinein mit dem Vertrag nicht zufrieden ist. Schließlich als letzte Schicht die Sondervorschriften im elektronischen Geschäftsverkehr. Da haben wir schon eine ganze Menge in § 312i. Da gibt es zunächst mal nochmals erweiterte Informationspflichten, die dann nach § 312j nochmal erweitert werden bei Verbraucherverträgen. Wir haben die sicherlich sinnvolle Vorschrift, dass es eine Möglichkeit geben muss, während eines elektronischen Bestellvorgangs Eingabefehler zu korrigieren. Also wenn man etwas Falsches getippt hat, das nochmal richtig zu stellen. Die Notwendigkeit, eine Bestellbestätigung zu versenden und den Vertragsinhalt zu speichern, damit klar ist, was überhaupt vereinbart wurde. Und dann, was uns noch gleich näher beschäftigen wird, die Regel im Verbrauchervertrag, dass klargestellt sein muss, wann eine verbindliche Bestellung zustande kommt und dass das insbesondere klargestellt werden muss durch eine genau vorgeschriebene Ausgestaltung der Bestellschaltfläche, auf die man dann klickt. Das wären so die wichtigsten Vorschriften, um die es geht. Schauen wir uns die Praxis an einem in jüngerer Zeit entschiedenen Fall des ORG München an. Da ging es um den sogenannten Amazon Dash Button. Ich habe hier mal nur A geschrieben, aber das handelt sich um die Firma Amazon. Das sind also solche kleinen Knöpfe, wie sie hier links abgebildet sind, in der Regel schon mit einem, einer Markennamen oder einer Warenkennzeichnung versehen, prinzipiell aber frei programmierbar. Das heißt, diesen Dash Button konnten Sie bis vor kurzem bei Amazon kaufen und dann in Ihrem Haus an einer geeigneten Stelle anbringen. Und bei der Einrichtung wird festgelegt, dass ein Druck auf diesen Knopf eine bestimmte Bestellung bei Amazon auslöst. Die Knöpfe sind gewissermaßen selbstständige Kleinstcomputer. Die haben einen selbstständigen Internetanschluss und gehen dann übers WLAN, klicken sich in ihr WLAN ein, gehen ins Internet und übermitteln die Bestellung direkt an Amazon. Was bestellt werden soll, richtet der Nutzer beim ersten Mal ein. Da wird also dann einprogrammiert, ob das ganze Waschmittel oder etwas anderes bestellen soll. In unserem Fall bestellt also eine Käuferin K. so einen Dash Button und konfiguriert ihn so, dass sie damit Waschmittel bestellen will. Und macht das dann auch, drückt drauf und kriegt ihre erste Kilogramm, 5 Kilo Packung Waschmittel. Und als A nun sagt, dann bezahl dieses Waschmittel bitte auch. Da sagt K. das Ganze war nicht wirksam. Wenn wir uns der Lösung dieses Falles zuwenden, fängt das ganz einfach an. Die Anspruchsgrundlage ist natürlich § 433 Absatz 2 BGB. Es geht um eine Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises aus einem Kaufvertrag. Und das geht nun ganz nach dem Schema, das Sie aus dem ersten Semester kennen. Wir fragen nach Angebot und Annahme. Das Angebot kann man hier sicherlich A zuordnen. Die hat ja auf den Button gedrückt und wollte damit auch ein Angebot abgeben. Das ist also hier unproblematisch. Interessant wäre es, wenn die Katze oder der Hund auf diesen Dash Button tritt. Dann hätten wir keine menschliche Handlung und deswegen wohl auch kaum ein wirksames Angebot. Hier war das als Angebot gewollt und ist auch so verstanden worden. Ist also ein wirksames Angebot. Angenommen wird das spätestens, wenn die Waren geliefert werden. So war es wohl auch hier. So entspricht das auch der normalen Vorgangsweise Amazon. Und einziges Problem des Falls ist die Frage, ob der Vertrag möglicherweise nichtig ist nach § 312j Absatz 4 BGB. Also nach diesen Vorschriften über die Gestaltung des Bestellvorgangs. Wir erinnern sich, wir hatten das eben schon angesprochen, § 312j Absatz 3 BGB verlangt, dass beim Bestellvorgang klar ist, an welchem Punkt die Bestellung verbindlich wird und dass bei Nutzung einer Schaltfläche, auf dieser Schaltfläche, die Worte kostenpflichtig bestellen oder ähnlich klare Worte stehen müssen. Die Frage ist, ist das hier überhaupt einschlägig? Auf den ersten Blick sieht das nicht so aus, denn eine richtige Schaltfläche haben wir ja nicht. Gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Zunächst mal fragen wir, ist das überhaupt eine Bestellung im elektronischen Geschäftsverkehr? Und da muss man zunächst sich davor hüten, sich dadurch verwirren zu lassen, dass wir für die gesamten verbraucherschützenden Vorschriften in § 312 Absatz 2 eine Reihe von Ausnahmeregeln haben. Und hier könnte einschlägig sein, § 312 Absatz 2 Nummer 8 BGB. Danach fallen aus dem Anwendungsbereich teilweise heraus Verträge, bei denen es um die Lieferung von Gütern des täglichen Bedarfs in regelmäßigen Fahrten geht. Ob das hier überhaupt einschlägig ist, darüber könnte man nochmal nachdenken. Waschmittel gehört wahrscheinlich zum täglichen Bedarf, aber ob das im Rahmen regelmäßiger Fahrten von Amazon geliefert wird, ist sehr fraglich. Letztlich kommt es darauf gar nicht an, denn das ist eine etwas tückische Regelung, hier besagt, dass die ersten beiden Kapitel des Untertitels, der mit § 312 BGB beginnt, also die ersten beiden Kapitel dieses Untertitels über Verbraucherschutz, nicht anwendbar sind auf Verträge, die in § 312 Absatz 2 aufgeführt sind. Die Regeln, die uns interessieren, § 312 J BGB, steht aber im dritten Kapitel desselben Untertitels, ist also von dieser Ausnahmevorschrift gar nicht betroffen. Infolgedessen ist das letztlich ein Punkt, den man kurz ansprechen kann, der aber uns nicht hindert, weiter zu prüfen. Dann geht es, wie schon angekündigt, um die Frage, sind wir denn überhaupt im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs? Die Antwort darauf ist ein klares Ja. Voraussetzung dafür ist, dass wir die Bestellung über Telemedien im Sinne des Telemediengesetzes abwickeln. Dazu hat das ORG wohl zu Recht festgestellt, dieser Button, der eben direkt mit dem Internet verbunden ist, ist als solcher ein Telemedium und darum sind wir hier im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs. Damit bleibt nur die Frage, haben wir denn auch eine Schaltfläche? Daran kann man, wenn man sich das auf den ersten Blick anschaut, große Zweifel haben, denn unter einer Schaltfläche stellt man sich ja eine Fläche ein, die auf einem Bildschirm eingeblendet wird und auf die man mit der Maus klicken kann. Hier haben wir zwar eine Fläche, aber das ist ein ganz realer Knopf, auf den ich mit meinem Finger mit realer physischer Kraft drücke. Das ist also wohl was anderes. Letztlich kam es nach Meinung des ORG München auch darauf nicht an, und zwar deswegen, weil 312J Absatz 3 ja zwei Sätze hat. Der erste verlangt ganz allgemein, dass der Vertragsschluss im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs eindeutig ausgestaltet sein muss. Dazu muss zumindest in irgendeiner Weise klar sein, dass eine bestimmte Handlung unmittelbar den Bestellvorgang auslöst. Das ist beim Dashbutton so nicht gegeben, da steht gar nichts weiter drauf. Was passiert, wenn ich drauf drücke, ergibt sich eigentlich erst aus der Einrichtung, wenn ich ihn neu bekomme, nicht aus einer Aufschrift, und infolgedessen genügt er schon der Vorgabe des 312J Absatz 3 Satz 1 nicht, und schon damit wäre klar, dass der Vertrag hier wohl nichtig ist. Man wird aber auch gut vertreten können, dass es hier tatsächlich um eine Schaltfläche geht. Der Wortlaut gibt das her, es ist eine Fläche zum Schalten, und auch der Schutzzweck dieser Norm, dass eben in dem Moment, wo man auf den Knopf drückt, auch klar sein soll, dies ist der entscheidende Knopf, jetzt wird es ernst, spricht dafür, diese Vorschrift auch auf physische, reale Schaltflächen und nicht nur auf digitale Schaltflächen anzuwenden. Wenn das so ist, dann ist damit unser Fall gelöst, denn damit ist klar, 312J Absatz 3 wird verletzt, und damit ist auch klar, dass 312J Absatz 4 besagt, dass kein Vertrag zustande kommt, und damit gibt es keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung. Das ORG München hatte es noch etwas schwerer, denn ich habe den Fall ein wenig abgewandelt. In Wirklichkeit ging es nicht um eine Klage der Firma Amazon gegen einen Käufer oder eine Käuferin, sondern um eine sogenannte Verbandsklage nach dem Unterlassungsklagegesetz, wo also Verbraucherschützer gelten machten, dass die Nutzung dieser Dash-Buttons verbraucherschutzwidrig ist, und deswegen ging es nicht nur um die mögliche Nichtigkeit von Verträgen nach 312J Absatz 4, sondern auch um weitere verbraucherschutzrechtliche Verstöße, auch wenn die nicht die Nichtigkeit des Vertrages mit sich brächten. Und da hat zunächst mal das ORG festgestellt, dass hier auch ein Verstoß gegen 312J Absatz 2 BGB vorliegt. Da sind die gesteigerten Informationspflichten im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs festgeschrieben und verlangt ist da, dass der Verbraucher bestimmte Informationen vor der Bestellung bekommt. Das heißt, wie das ORG München hier angeführt hat, unmittelbar vor der Bestellung. Das ist beim Dash-Button nicht der Fall, denn da gibt es die Verbraucherinformationen zunächst mal, wenn man ihn einrichtet, dann legt man ja fest, was man bestellt. Das ist aber zu früh. Das ist nämlich nicht unmittelbar vor der konkreten Bestellung, sondern es kann ja sein, ich richte mir den Dash-Button ein, stelle erst nach Monaten wieder was. Das ist dann also keine Information unmittelbar vor der Bestellung. Damit steht auch nicht sicher, dass der Verbraucher in dem Moment, wo er drückt, wirklich klar vor Augen hat, was er tut. Da ist also wieder die Gefahr eines Informationsgefälles, deswegen ist das nicht hinreichend. Andererseits kann man hinterher, wenn man bestellt hat, über die Amazon-Website oder die Shopping-App von Amazon feststellen, was man bestellt hat und zu welchen Konditionen. Das ist aber zu spät, denn nach 312J müssen die Informationen vor der Bestellung nicht hinterher und auch nicht ewig lange vorher, sondern unmittelbar vorher gegeben werden. Also auch dagegen wird verstoßen, weil der Button natürlich nicht die Möglichkeit enthält, unmittelbar Informationen zu liefern. Die müssten ja dann auf Knopfdruck irgendwo ausgedruckt werden oder draufstehen. Das ist kaum praktikabel bei so einem kleinen Knopf an der Wand. Und schließlich hat das OLG München, wenn Sie die Entscheidung nachlesen, auch noch allgemeine Geschäftsbedingungen von Amazon für unwirksam erklärt, die in diesem Zusammenhang verwendet wurden. Danach hat sich nämlich Amazon vorbehalten, die Konditionen, den Preis und sonstige Geschäftsbedingungen nachträglich zu ändern. Das heißt, nachdem der Button eingerichtet ist, der wird ja irgendwann eingerichtet, dann legt man fest, Eindruck auf diesen Knopf, 5 Kilo Waschmittel. Amazon behält sich eben vor, im Nachhinein die Preise zu erhöhen. Das ist eigentlich nachvollziehbar, wenn man daran denkt, dass das ja jahrelang so ein Button im Betrieb sein könnte. Amazon hat sich aber auch vorbehalten, ein anderes gleichwertiges Produkt zu liefern oder auch sonst die Konditionen zu ändern. Und das OLG hat gemeint, damit kann Amazon letztlich im Nachhinein bestimmen, welchen Erklärungswert der Druck auf den Button hat, was damit genau bestellt wird. Und das ist eine unangemessene Benachteiligung. Amazon hat aus diesem Prozess, dieser Verbandsklage, den Schluss gezogen, dass der Dash-Button in Deutschland nicht rechtskonform zu betreiben ist. Und die sind aus dem Verkehr gezogen worden. Die gibt es also nicht mehr. Das Ganze ist insofern Rechtsgeschichte. Was schade ist, weil dieser Button sich auch hacken und für interessante Bastelarbeiten nutzen ließ. Trotzdem ist das, denke ich, ein lehrreicher Fall, um die Tragweite dieser Vorschriften und auch ihre Zweckrichtung nochmal zu überdenken. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Es wird sich vermutlich am Verbraucherschutz in diesem Bereich demnächst etwas ändern. Wir haben schon gesprochen in dieser Vorlesung über die digitale Inhalte-Richtlinie. Die wird begleitet von einer zweiten Richtlinie, die auch zügig umzusetzen ist, nämlich die Richtlinie zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften. Und der Gesetzentwurf zu dieser Richtlinie, der gleichzeitig mit dem über die digitale Inhalte-Richtlinie veröffentlicht wurde, sieht nun zusätzliche Vorschriften vor. Erstens nochmal weitere Informationspflichten, diesmal für die Betreiber von Online-Marktplätzen. Was wir bisher gesehen haben, betrifft ja den Unternehmer, der mit einem Verbraucher Verträge schließt über die Lieferung von Waren und Dienstleistungen. Insbesondere die Plattform eBay tut das ja in der Regel nicht, sondern sie vermittelt nur Verträge zwischen Anbietern und Bietern auf ihrer Plattform. Auch Amazon hat eine solche Plattformfunktion neben seinem Eigengeschäft. Und für die Plattformbetreiber gibt es zukünftig nach der 112K BGB in dem Entwurf erweiterte Informationspflichten. Außerdem ist künftig besonders geregelt der Beginn der Widerrufsfrist, in dem Fall, dass ein Vertrag unentgeltlich geschlossen wird und nur insofern eine Gegenleistung vom Verbraucher kommt, dass er seine Daten dem Unternehmer zur Verfügung stellt. Wir hatten ja schon im Zusammenhang mit der digitalen Inhalterrichtlinie über solche Verträge gesprochen. Der Gesetzgeber stellt die Verträge, die entgeltlich sind, weitgehend gleich. Das wird jetzt auch in der Widerrufsfrist berücksichtigt und da werden besondere Vorschriften für eingeführt. Das soll als Überblick schon genügen. In der nächsten Woche geht es dann um automatisierte Willenserklärungen. Dazu wäre es schön, wenn Sie sich noch mal das erste Video und den Fall mit dem automatischen Kühlschrank, der automatisch nachbestellt, anschauen. Wir werden den Fall, den wir damals schon in der Einheit über E-Personen angesprochen haben, noch mal aufgreifen und ausführlich lösen. Das könnten Sie sich vorher noch mal anschauen. Ausnahmsweise gibt es diesmal keinen Fall und keine Vertiefungsaufgabe zur Bearbeitung im Nachhinein. Das nächste Mal aber bestimmt wieder. Für heute vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020